Bin ich drauf? SPG Sugarfree gerade geöffnet. Bin ich wohl mit der Dosen drauf gewesen die ganze Zeit? Sehr gut, oder ist die Dosen teilweise drauf gewesen? Ja. Puh, war das grauslich. Du weißt ja, dass ich dich trinken wollte, gell? Nein, wohl das nicht. Wann? Du willst ihn allgemein hier schon stellen. Nein. Im Endeffekt hätte ich es ertrunken. Moment. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, das war jetzt grauslich. Aber das habe ich schon gesagt. Und du hast darüber geredet. Super toll. Du willst auch drauf sein? Ja, passt. Nein. Ja, passt.